Hallo aus Frankreich und schon wieder in den Fogessen. Und zwar im schönen Städtchen Antlau, romantisch-sträumerisches Städtchen. Von da aus mache ich eine Tour zu zwei Burgen und zwar zu der Burg Hoch-Antlau und dem Spessberg, also die Burg Spessberg. Die Tour ist ungefähr knapp zehn Kilometer lang, Höhenmeter sind es 250. Das Wetter ist natürlich heute super schön, wolkenlos und ich bin mal gespannt, was ich so alles erlebe auf dieser Tour. Also kommt einfach mit auf diese Tour. Also bis dann. Ciao. Oh. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, jetzt sind wir bald am Hungersplatz. Aber Hunger haben wir noch keinen. Oder ich zumindest mal. Ich habe keinen Hunger und laufe weiter zum Schloss Spessburg. Untertitelung. BR 2018 Oder Dickicht ist die Burg Spessburg oder Schloss Spessburg und da gehe ich jetzt mal hin. Untertitelung. BR 2018 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 Das war es mal wieder. Ich werde mir jetzt wieder einen Café au lait genehmigen. Also dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018